Hilfe, ich ertrinke, Hilfe! Ich rette dich. Da ist ein Brot, was uns mitnehmen kann. Komm, wir steigen ein. Wie heißt du? Ich heiße Nihan. Ich heiße Kenan. Was machst du mit meiner Freundin? Geh jetzt sofort weg, verstanden? Ich wollte mich schon lange von ihm trennen. Schau mal, das ist unser neues Haus. Oh, ist das schön hier. Ich habe heute meine Freunde eingeladen. Ist doch schön, die kennenzulernen. Hallo. Hallo, wie geht's euch? Tille . Untertitelung des ZDF, 2020